Yo Leute, was geht ab und willkommen zu meinem nächsten GTA 5 Let's Play. Ja, der Gauss ist nämlich wieder dabei. Willst du einsteigen? Ja, warte kurz. Ich muss mein Auto bestimmen. Okay, wir fahren jetzt gleich nämlich zur siebten Lama-Mission. Nach einem Cut. Okay. Au! Ich fahre einfach weiter. Du's nicht. Hoffentlich überfällt sich jemand. Hoffentlich überfällt sich jemand. Hallo, fang mich! Hoffentlich überfällt sich jemand. Gaux, wie ist denn das passiert? Ich kann es mir nicht... Ich hab's nicht gesehen. Ich kann es mir nicht erklären. Oh, komm hier hin. Nein, ich hab deine Karte. Gass, gib, gass, gib, gass. Ja! Nein, Spaß. Würden sie wieder die Mission markieren? Ach, das haben sie ja schon. Ja. Würden sie bitte fahren? Ja, sofort. Ja, danke schön. Sorry. Du bist echt behindert. Ich weiß, danke. Das lacht mich aus. Ja, ich war noch falsch. Deswegen abonnieren mich ja die Leute, weil ich verrückt bin. Ich bin am Arsch, ey. Ja, klar. Ähm. Was denn? Garox. Ui. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Wow. Wow. Guck mal jetzt. Boom. Oh, Bombe gezündet. Boom. Ups. Echt, fixbar. Boom. Boom. Tsch. Die Polizei will auch ein bisschen. Hier. Oh, freut. Das ist der Sound, der Woll ist. Woof. Das ist der Sound, der Woll ist. Wow, White. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Hallo. Gib Gas. Woohoo. Ach ja. War mein Stern. Komischerweise. Ich will nochmal. Danke. Gegen Autofahren, oder was? Du fährst halt nicht richtig, Mann. Ey, ich schon wieder in diese Esel. Bro. Uuh. So. Ich hatte ganz kurz durchfall. Deine Mutter auch besägt. Ist nicht schlecht. Amateure. Barm, Junge. Ey, die werden wir so erleben, ne? Sind die jetzt da? Ja, wo sind die? Lenkraketenwerfer aktiviert. Woohoo. Jetzt geht's los. Ey, töten die jetzt jeden, oder was? Okay, ich hab... Also, ich würde sowas nie machen. Ey, ich bin voll weggespawnt. Ah, ich bin voll weggespawnt. Ah, ich steh schon in die Bullerei. Man, ich will diesen Typen anvisieren. Oh mein, den so... Fucken, Alter. Lass doch einfach die Leute, die ihre Mission machen. Ich bin nicht, das bin ich. So. Ah, was ist die Karte? Tschü-tsü-tsü. Ich hab einfach den in die Auto geklautzt. Okay, wir werden wahrscheinlich nicht uns rausschmeißen. Oh, ist mir so scheißegal. Du darfst dir alle abballern, Luca. Warte kurz. Ja, komm, mach Sklapp, Alde. Da, Menschen! Zivilpolizei! Arme, Alter. Komm, mal, Luca, vor uns. Ah, was? Der ist Afka. Was ein Lauch. Er ist in den Passiv-Modus gegangen. Lauch. Was ein Lappen. Lauch, Alter. Ganz ehrlich. Hä, wer ist das mit Astro? Über uns, glaube ich. Oh nein. Wir wurden gerade abgeschossen mit Raketen. Naja. Schieß mal den Heli ab. Wo der auch immer ist. Boah, Alter. Ich hab mich gerade nicht schon weggerannt mit der Polizei. Ah, wir können einfach die Polizei in seinen Weg stellen. Die, wir fahren dann einfach. Boah, der wird die ganze Zeit einsteigen. Der Arme. Der verdient, Alter. Ganz ehrlich. Er soll da nicht mit uns so... Ich hab' den Autos, die ganze Zeit, oder was? Keine Ahnung. Oder fliegen Raketen. Ah, den du hast du sitzt, ja. Oh, Alter. Wir müssen versuchen, Autos in seinen Weg zu stellen, einfach. Jawoll, ja, Mann. Die Polizei hat mich in den Bafan. Jawoll. Schreit ein bisschen mit. Granate. lkw zivil lkw hat daneben alles noch kurz den laden ausbauen warte schießt mal in den laden lang rein jawohl hier links an der tanke schießt mal in den laden rein in den laden versuch mal versuch mal der kassiere abzuschießen das ist ja tot hier ist die tankstelle kommt die tankstelle wir haben 5 sterne wir haben 5 sterne hatte ich noch nie einen gta ganz ehrlich sollst nicht eigentlich so panzer und sowas kommen ich weiß es nicht ich hatte noch nie 5 sterne ey was haben wir denn bitte getan ja verstehe ich auch nicht ja der verwugt ist immer noch traurig sind die einzigsten in der lobby mit dem ich glaube schon die anderen sind glaube ich gelieft oder da oben ist einer mit seinem jet ja schießt ihn ab der muss tot sein der muss sterben das ist der typ ich muss ganz kurz snacks essen ok ich glaube der will ist mit der ich schieße den jet ab der jet muss weg der jet muss weg ja trefft das ding mal schießt da hin alle gut der verfugt uns immer noch hauptsache die wollten uns die ganze zeit killen jetzt haben wir die einfach abgerippt und der weiß bestimmt nicht dass man das auto räumen kann aber der jet will uns der schießt die ganze raketen auf uns warte wir gehen in eine ecke rein oh mein gott sind wir sicher junge ich habe so eine gelbe frontlippe hallo vor uns ACW ja moin nehm ich boah alter die brennen ja schon der jet ist meine zimmer noch ja der jet kommt wo zieht der hin alter ist er ehrlich ab in den stripclub im stripclub ist sogar jemand ernsthaft ja oh da verfolgt uns jemand verfolgt uns jemand ein normaler auto ja das ist der typ oder der lag dabei der ist rausgegangen von fast die füße mach ihn mach ihn mach ihn mach ihn komm 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 der hat nen kuruma der kann nix der braucht jetzt schon so ne karre alter konnte unsere karre aussieht wir sind kamo vor allem wir wollten auch die aufnahme dings machen die lama mission die aufnahme zieht sich ein bisschen leute ja komm mach den oh komm aber der typ will mit seinem kuruma da nicht sterben stirb junge stirb wenn er jetzt in den passiv modus geht dann rast ich aus joh klar rip uh ja was versucht der typ ich bin gleich tot ich bin gleich tot ich bin gleich tot fahr weg fahr weg ok boah essen ich würde ihn unbedingt töten alter ja der fährt schon ja der ist tot haa 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 whoops so wo spawnt der denn längst da stoppie hä stoppie diese mit motorrad ah will oder was gerade das nicht kommt zur zerstörung oder so ey junge das würde ich gerne machen aber jetzt hab ihn gekopst ah warte da ist der eine typ aber der hat nen neuen auto jetzt ja egal so der ist vor uns hinter uns fällt auch jemand ne aber der ist hier 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 knall ihn ab kann es sein dass der gott mod an hat ich helfe dir nicht siehst du den hinter uns nein ach doch ah nein das ist ein typ der hat mich geprüft ah da bist du gerade vorbeigefahren ah ich hab dich gar nicht hey ist die denn auf der karte jetzt ja ich auch nicht aber das ist der typ äh mit dem jet glaube ich der hat mich gekillt der hat mich gekillt der wird diese karne nicht bekommen wo ist denn der das geht mehr von granaten alles explosiv ist ausrasten mann ha 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 aufs dann macht den einen typen kind ah ja ja egal kommen dass ich jetzt einfach töten und dann warte ich mach machen wir diesen stopy ding da ja ja ich mach das mal kurz brauch ich so ein motorrad oder kann ich auch irgendeinen nehmen nein da ist ein motorräder auf der karte markiert ja geil muss einfach da hinfallen also ich schuld dir auch ein auto also kann ich auch mein motorrad nehmen entschuldigung danke nein ich glaub nicht so warte mein auto kommt nicht einfach der auto hallo ich hab die ah junge mein auto kommt doch hey wo ist jetzt mein auto hey also ob jetzt mein auto nicht liefert hat ofwester kann ich dir auch hey ey kleine passiv ich geh passiv rein mach man bei passiv Scheiße ich bin Cio, wir sind Cio, das geht nicht, wähl deine Waffe aus Oh mein Mann! Wo ist der? Oben auf der Brücke, der hat Gottmord oder so Ja, glaub ich irgendwie auch Ja, warte wahrscheinlich Aber wo macht man ein Dings? Klassiv? Kannst du jetzt nicht, weil du Cio bist, aber normalerweise auf M und dann ganz unten Okay Steck ein Anna, wir müssen beide das eigenes holen Egal, ich fahr dich zu einem Ja moin Anna, ich fahr schon Okay Ich kann einfach das da vorne holen Ich glaub viele Leute kennen ihn gar nicht in Stoppie Boah, keine Ahnung Ich mein, du kannst den nicht, niemand macht das gerade Ist halt leicht verdient das Geld eigentlich Wo auch immer dieses Bike steht Ah, da vorne, auf der anderen Seite Und wir kommen auf die andere Seite Durch den Fluss Ja Leute, wir gehen jetzt ein bisschen schwimmen Ja, kommt direkt der Nächste alle Jo, wir kommen auf die andere Seite Stark So, dann schwimmen wir mal Das ist Du bist schon wieder gekillt Ey, das gibt's doch gar nicht Das ist echt, ey Ey, solche Leute Also ich mein, wir machen das ja auch, muss man ja sagen Peresalba Aber doch nicht so die ganze Zeit Also ich mein, wir... Irgendwann reicht das doch auch Irgendwann reicht das doch auch Irgendwann hat's keinen Spaß mehr Ein, zwei Mal, okay Ist witzig, aber trotz, trotz sonst Also ich mein, wir haben das ja jetzt gemacht Weil die uns gekillt haben Das ist ja, äh... Hört mit dir, wenn ich jetzt starte So f*** der mich um Ja, der schießt schon auf mich Daneben geschossen Ich bin wieder daneben geschossen Mit einem Lappen Also Leute, wenn ihr solche Spieler seid Dann hört lieber auf Ganz ehrlich, also sowas ist nicht witzig Finde ich jetzt, ganz ehrlich Guck mal, wie oft jetzt Kairos gestorben ist Das ist richtig... Oh, ist das ne Party, oder... Wie sind Pinkers, die Ding? Ich mach mal die Mission Warte, ich geh auf deine Rücken, komm her Obwohl, der will mich glaub ich auch killen Warte mal Ich mach ganz kurz ein Stoppie Ja, ja, der schießt, der schießt die ganze Zeit Ja, ja, der schießt, der schießt die ganze Zeit Okay, warte, lass mich mal Warte, lass mich mal Warte, lass mich mal Lass mal ganz gut einen langen machen Dann kannst du immer noch einen machen Dann kannst du immer noch einen machen Dann haben wir noch zwei Minuten Ich mach mal ganz kurz Ein richtig langen Stoppie So, ganz schnell werden Dann gebe ich natürlich das Motorrad direkt zurück So 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 Man, hier. Ach, s***. Reicht die Kunden. Geil, wir haben sie schon. Fahne ich. Fang mich! Hey, Moin. Meidem? Ups. Steigern. Auf geht's! Hey, hallo! Ah, 500. 6250. Typisch. Typisch. Ja, wir haben schon 26 Minuten. Geil. Okay, das war's dann. Ja, komm, dann lass mal jetzt die Lama-Mission machen. Okay. Ich hab kurz noch Kopf, ich lass mich mal töten einfach. So, Leute. Wir wollten zwar eigentlich die siebte Lama-Mission machen. Ist zwar was in die Quere gekommen. Etwas. Die kommt dann im nächsten Part. Ja, genau. Wir machen jetzt direkt die siebte Mission aufnehmen. Oh, wir haben es mal gespielt hier. Ne, ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen natürlich. Klar. Ich hab grad 2000 Dollar für gute Führung bekommen. Okay. Dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Um nichts zu verpassen. Ein bisschen Abo da lassen natürlich. Und ja, sie müssen in der nächsten Folge. Oder Garox? Jo. Jo. Haut rein. Ciao. Bö.